so ich habe schon den dritten part jetzt ich glaube der hat nur so sechs minuten oder so gedauert ich weiß nicht die kannst du ja hier wieder zusammenschneiden also einfach zusammen einfügen ja mach ich eh ok haben wir so holz noch in reserve also ich habe also nichts nichts mehr ah das ist blöd ich habe auch kein holz mehr so jetzt wäre es nicht bekannt ok da hinten ist unser holz ah das ist wirklich blöd das habe ich nur noch so ein 1 zu 1 so einen stick kann ich mir auch keine axt machen ah ich muss einfach so holz abbauen so wir sind wieder ein paar kühe 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ja oh mein gott hartenreis vielfalt wir müssen alle dran glauben ja ist egal ja ich habe die zweite vorher schon eingezogen ja gut also wenn wir stroh haben oder heu ja dann können sie die dann auch an können das nervige ist ja sie laufen dir immer so hinterher ja mit stroh ja also wüste haben wir hier auch ja 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 da können wir den Kakao wohnen äh ernten mhm jetzt wollte ich mir Fackel machen ja ja ich habe schon vier Äxte ja 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 und wir können uns aber auch aus Silberlin um du meinst die Erlacht Silberspitzen ja und ich habe schon 36 Fakten okay ich lasse einfach die Kohle in der Chist mhm und hast du gerade was zu essen dabei 8 und 30 wo es drin ist ja du bist heute ja ich habe auch noch genügend vielleicht wenn du ein paar Pilze findest also Pilze habe ich genug ja so und ich so eine Suppe ja da braucht man zwei Pilze und lässt du in die Nacht ja zum roten Pilz so einen normalen Pilz so eine Schüssel die macht man aus 3 so Holz okay so ist es unser Haus hast du sie ich könnte so eine Fackel platzieren auf dem Turm ach wenn du das jetzt sehen würdest wo ich da bin ne ich sehe auch nicht diese oh mein Gott da geht es voll runter da geht es voll ab wow ja also ich glaube oh mein Gott ich glaube da ist äh jetzt wie das dunkel 10 10 10 oder mehr Eisen habe ich hier gerade ok gehen wir wieder heim wow skeleton boah ich hab's im Eisen abgebaut und dahinter ist ein skeleton gestanden ha ha den coolen Mond habe ich den coolen Mond habe ich hier ja und das zufrieden ach ich musste rein aber andersfalls wirst du dir zurück gehst kommen da oh ja ich muss dir zurück boah hier musst du mal runter kommen runter kommen es ist ja katastrophal wie viele Monster komisch warte ich verlass mal schnell und komm damit ja ja so siehst du mich ja gut ähm folge mir bitte schnell ja hier du musst aufpassen da ist ein skeleton ja es ist vermutlich schon tot ja es ist in der Hügel ja siehst du hier meine Rohstoffe ja soll ja ne du bitte weil du und das sind skeleton oder lass mich bitte schnell so ja das wichtigste ist das Eisen und mein Eisen ist nicht mehr da ah das ist da unten da oben ist auch noch Eisen so ich habe 8 Eisenohr dann hat man gerade irgendwas geändert ja sicher das blöde Dings Skeleton Skeleton ja ja wir sind schnell jetzt der Mopspon echt zieler gibt noch zu und zum und zum und zum noch zu das war das zu mir zu machen ja und die so dass wir mir jetzt an einem Mal und zu machen das andere auf und so ist und wirklich nichts mehr durch Ok. Boah, ich hab nur noch ein Leben. Ähm, hast du... brauchst du Bier? Gib das auf. Äh, was? Ich hab ja Fleisch gegeben. Echt? Ah, danke. Äh... So, jetzt können wir hier... Ja, aber ich hab ja noch keinen Hunger. Also nee, es regeneriert eh schon wieder. Fast schon. Dann brauchst du ein paar Fackeln. Ich wirf dir mal so ein paar Fackeln. Ok. Na, was mach ich denn? Wir sperren wir den Sporn noch mal ab. Ja? Watt? Lass mich mal rein. Okay, geh mal schnell weg. Wo ist das Wasser? Hier, wo ich die Erde hingetan hab, war es da. Echt? Ja, da hab ich gerade Erde... Hast du eine Fackel hingetan? Nein. Wie warst du schon? Ja, sonst können sie trotzdem respawnen, weißt du? Das ist nicht... Ja, aber ich hab ja schon... Wo? Ja, ich hab nur Erde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Schnellchen. Die Schnellchen. Ups, äh... Ich hab dich gerade eingesperrt. Ihr ist Brot, Eisen, Sattel, Brot, 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 Sattel. In der Ton. Gut, hast du eh alles? Ja, ja, passt. Das nehmen wir noch das Essen mit. So, das schließen wir mal. Aber dass wir noch wissen, dass hier... Falls wir mal Erfahrungen brauchen, können wir hier herkommen. Und uns? Ich... Ich... ich stoff mal das Wasser zu. Okay. Aber nicht völlig vernichten, falls es mal brauchen. Das Wasser? Ja. Okay, warte, dann mach ich hier... Nee, dann lass ich es. Ich spiel wieder hinaus. Ja, und ich erkunde mal die Höhle. Okay. Eigentlich hasse ich so große Höhle und Systeme. Boah, schon wieder so viel Eisen. Wir haben wirklich Glück hier. Hast du... Hast du... Ähm... Was ist das? Hast du was bist du? Hey, hier gehst du rauf. Mhm. Wo? Bist du bei mir? Ja, da ist der... Den einen Tunnel, was wir gesehen haben. Also, da wo unser Haus ist. Du musstest runtergehen und dann kommst du zum Eingang. Zu Skeletten. Okay. Hast du... Ich brauch schnell das Eisen noch ab. Ähm, hast du jetzt das... Wie heißt das? Hm? Hast du Samen? Hm. Was für Getreide? Äh, nee. Das hab ich vorhin in die Box gegeben. Mit Chist. Ganz am Anfang. Ja, eine. Ja. Ja. Aber ich kann ja schnell abbauen. Ja, bitte. Aber vorher muss ich noch unbedingt. Also, ich kann nur... Ich mach schon eine Lederrüstung, okay? Ja, gut. Ich hab 32 Leder. Wow. Ja, das ist schon ordentlich viel. So, 15 Eisen. Das werde ich mal einschmelzen. Ja, ich hab dann auch noch 10. Ja, ich tu mal die Steaks, was du hier reingetan hast, tu ich mal den Chist. Weißt du zufällig, wie ein Hut steht oder ein Nervoser? Äh, gib mir mal das Leder. Ich weiß auch nicht genau.